So, wir stehen jetzt hier vorne am Emenun Iskelisse. Mir ist aufgefallen, dass das halt eben dem Kapalitscharsche nach dem Abendgebiet machen die direkt alle Leben zurück. Das heißt, man kann sich das ganz einfach merken, und zwar, ja, Zinoma, so heißt das. Wenn die Sonne runtergeht, dann gehen auch die Legen zu. Und wir gehen jetzt gleich zu der Brücke dahinten und fahren dann mit der Metro nach Dain. Taksim. Und in Taksim ist bestimmte Geschäfte, ich denke mal bis 10 Uhr. So, jetzt geht es hier. 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 So, jetzt geht es hier.